Walter Schmiedinger war ein österreichischer Schauspieler. Leben Schmiedinger absolvierte zunächst eine Lehre als Verkäufer und Dekorateur in einer Tuchhandlung. Ab 1951 begann er seine Ausbildung als Schauspieler am Max-Reinhard-Seminar in Wien. Sein erstes Engagement erhielt er am dortigen Theater in der Josefstadt. 1954 erhielt er einen Ruf an die Bühnen der Stadt Bonn, dessen Ensemble er bis 1969 angehörte. Danach gehörte Schmiedinger für drei Jahre dem Ensemble der Münchner Kammerspiele an. Von dort wechselte er an das bayerische Staatsschauspiel München. Hier entwickelte er sich zum Publikumsliebling. Er blieb bis 1984 in München, dann ging er zunächst an die Schaubühne in Berlin, ein Jahr später an das Berliner Schillertheater, wo er bis zur Schließung im Jahr 1993 auf der Bühne stand und auch als Regisseur wirkte. In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts spielte er dann am Deutschen Theater in Berlin. Anschließend gehörte er auch dem Berliner Ensemble an. Schmiedinger gastierte darüber hinaus an allen wichtigen deutschsprachigen Bühnen, Z. B., dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg und dem Burgtheater Wien sowie bei den Salzburger Festspielen. Seit Anfang der 1970er Jahre spielte Schmiedinger auch immer wieder im Fernsehen. So übernahm er Gastrollen im Tatort, Derrick und der Alte. Auch an einigen Fernsehspielen wirkte er mit. Im Kino begann seine Karriere 1973 mit einer kleinen Nebenrolle in Maximilian Schells Der Fußgänger. Es folgte eine Vielzahl von Filmrollen. Neben Maximilian Schell arbeitete Schmiedinger dabei mit Ingmar Bergmann, Peter Schamoni, Karin Brandauer und Istvan Schabot zusammen. Häufig machte Schmiedinger auch Lesungen und Rezitationsabende. Dabei beschäftigte er sich Z. B. mit Werken von Thomas Bernhard, Josef Roth, Arthur Schnitzler, Else Lasker-Schüler, Johann Nestreu, Heinrich Heine und Franz Kafka. Einzigartig waren seine Interpretationen von Texten Karl Valentins. Im Jahr 2001 war Schmiedinger Juror des Alfredker-Darstellerpreises. Walter Schmiedinger Schmiedinger starb am 28. September 2013 in Berlin und wurde auf dem dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt. Am 1. Dezember 2013 fand im Berliner Ensemble eine Matinee zur Erinnerung an den Schauspieler statt. Kollegen und Freunde wie Carmen Mayer-Antoni, Robert Wilson, Andrea Eckert, Angela Winkler, Klaus Peimann und Merit Becker erinnerten noch einmal an den Verstorbenen. Leistungen für seine Darstellung des Willi in Franz Xaver Krötz – Heimarbeit an den Münchner Kammerspielen wurde Schmiedinger zum besten Schauspieler des Jahres gewählt. Seither gehörte er zu den Stars des deutschsprachigen Theaters. Er beeindruckte durch ein facettenreiches Spiel und außergewöhnliche schauspielerische Dominanz. Seine graziöse Schwermut machte einen gefährdeten Eindruck. Besonders zerrissene Figuren und gebrochene Seelen waren seine Domäne. Seine Darstellungen des Malvolio in Shakespeare's Was ihr wollt, sein Hamlet, König Lier oder Nathan haben Theatergeschichte geschrieben. Die Presse umjubelte ihn als »Eingebildetsten kranken aller Zeiten«, in Molières Titelrolle. Unvergessen auch sein Salieri in Peter Schaffers Amadeus. In Berlin wurde er für seine Verkörperung des Musikkritikers Rega in Thomas Bernhardts alte Meister mit dem Kritikerpreis der Berliner Zeitung geehrt. Helmut Karaschek würdigte Schmiedinger im Tagesspiegel als einen, der wenigen Schauspieler, die man, ohne zu zögern, begnadet nennen darf, wobei man sich darüber klar sein muss, dass begnadet, immer auch, verflucht, heißt und bedeutet. Gnade und Fluch sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Große Kunst ist immer auch ein Pakt mit dem Teufel. Trivia Im Jahr 1976 erlitt Schmiedinger bei einem Gastspiel des Münchner Residenztheaters in Schweinfurt wegen eines »Hängers«, in Gerhard Hauptmanns Michael Kramer einen Nervenzusammenbruch und begann die Dekorationen zu zertrümmern. Das Publikum hielt das zunächst für einen Teil der Inszenierung, bis die Kollegen den verwirrten Schauspieler von der Bühne zerrten und der Vorhang fiel. Auszeichnungen Im November 2006 erhielt er den Nestroy Theaterpreis für sein Lebenswerk.